Ich bin Thuri Blättler und bin Sorghistein hier in der Migros im 40. Dienstjahr. Also ich bin ein Zahlenmensch. Ich arbeite gerne mit Zahlen. Ich arbeite auch gerne alleine im Büro. Meine Hauptaufgaben bestehen natürlich durch eine Kontrolle. Zuerst nochmals das Planen der ganzen Finanzen und der Budget. Und nachher unter einem Jahr die Kontrolle werden diese Projekte auch dementsprechend ausgeführt. Ich vermittle gerne. Ich bin auch nicht der, der gerne streitet. Mein Ausgleich nebst der Arbeit, das ist meine Grosskinder. Aber auch nebst dem ist das Fasnacht. Ich bin in der Zunftstadt-Vizent. Zunft ist im Dünkelweiher. Unser Hauptthema ist auch das Zunftlokal, das wir aufwenden über die Fasnacht. Wir wirtschaften dort ziemlich viele Erträge, die wir in einem Jahr wieder ausgeben können. Also ich schätze an den Migros die spezielle Kultur, die wir hier haben. Wir schätzen aneinander. Wir diskutieren sachlich. Wir spüren es. Einfach wenn wir reinkommen, spüren wir es. Längepast. Unser Hauptthema ist das Verkaufs. Wir sitzen mit den Regeln der Schleif sachen. Wir sitzen mit den Regeln der Schleif.